Nee, Freunde. Einfach nee. Ich geh jetzt nämlich erst mal schön auf Arbeit. Schön auf Arbeit geh ich jetzt. So, Freunde. Jetzt komm ich von der Arbeit. War auch wieder mal überhaupt nicht langweilig oder so. So, jetzt setz ich mich hier erst mal schön hin. So, Freunde. Und jetzt können wir was spielen, oder? Escape. The Horror Game. Aua. Also ich meine, ich will jetzt nicht schon von vornherein sagen, dass, wie sagt man, Kacke ist oder so. Power by Unity. Ja, ja, ja. Ich verstehe das schon. Für das Idee war kein Budget mehr vorhanden, oder? Stimmt's? I see you. Oh Gott. Ach so ist das. Ja, wer guckt denn da durchs Schlüsselloch? Ey, ich bin ja gerade pinkeln. Warte mal noch ein bisschen. Oh, es ist wunderschön, Freunde. Es ist eine Lust. Why I woke up here? Where am I? Okay. Ja, du, du gehörst offensichtlich nicht an diesen Ort, da du die Sprache leider nicht sprichst. Oh, so richtig schnelle Tür habt ihr hier hingebaut. So eine richtig fixe Tür. Oh, wie das hier einfach todesmäßig laggt, Alter. Das ist der Hammer. Und die Sound. Und die Sounds, Alter. Zieht euch das mal rein. Ich meine, das spricht wirklich für ein extrem qualitativ hochwertiges Spiel. Ja, halt deine Klappe. Das hat man gerade schon. Es wird ordentlich gruseliger. She is coming. Jetzt hör auf, das zu knorkeln. Wer kommt denn? Ach so, Leute. Ich bin auf meinem ersten Date. Ja, auf die Hübsche bin ich ja mal gespannt. Die ist bestimmt richtig süß. Alter, war das laut, ey. Verdammt doch, ey. F***t euch. F***t euch mit eurer Sch***e, ey. Ich zeig euch alle an, wegen Laut und Scheitzigkeit. Vor allem, wieso ist das fucking gespiegelt, Mann? Ja, herzlichen Glückwunsch, Jeff. Du hast das erste Rätsel gefunden. Da, 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 da. Hallo? Oh, hi. Och, Mensch, du hast es ja richtig gemütlich, ne? Hier wird sowas noch groß geschrieben. Richtig schön bunte Wände, richtig schön Fernseher am Start. Einen Stuhl hast du auch, falls dich mal jemand besuchen kommt? Hahaha. Brauchst dich nicht zu verstecken. Alles klar, alles klar. Schaff mal schön weiter. Jungs, aufstehen. Na los. Frühschicht. Seid dich motiviert, oder? Ich auch nicht. Wie der auch hier oberen Boden gleitet, ey. Hört euch das mal an. Du machst einen Schritt und zwei Sekunden später kommt erst, setzt er erst auf. Oder auch nicht. Ja, das ist immer so ein bisschen abhängig. Auf jeden Fall ist der Fehler leichter der Gute. Sag mal, hast du mal hier nicht hergekommen? Was macht denn ihr? Warum ist denn hier jetzt ein Zeppich? Was zum... Oh, jetzt muss ich hier unten einen Schlüssel suchen, oder? Oh, da hab ich richtig Bock drauf. Jungs, aufstehen, jetzt reicht's aber. Helft mir doch mal. Going to get a key. Jetzt hör auf das zu knurkeln, ey. Was machst du denn hier mit dem Zettel? Nicht so ein Zettel aufhebe. Ich meine, ich mach das auch immer so, ne. Ich nehme den und dann... Oh, das war aber ein schönes Gedicht. Bravo, bravo. Oh, Freunde, wir haben den Tresor gefunden. Guck mal an hier, mach das Ding auf. Da, 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 da ist ein Schlüssel, oder? Oh, 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 Freunde, ich hab's geschafft. Yay. Was ist das hier? Der Knopf für Vollidioten. Drücke nicht den roten Knopf. Okay, drück den roten Knopf. Da, Freunde. Die Tür, die Tür ist in Sichtweite. Ist sie diejenige welche? Können wir jetzt hier durch, bitte? Dankeschön, Dankeschön. Bitte nicht den grünen Knopf. Ja, schön, erst mal einen Gully gefahren, Seth. Machst du richtig gut. Hier will ich auf jeden Fall sein. Es tut der Gesundheit auch richtig gut. Oh, Alter. Wie das... Oh, da ist ein Jumpscare, oder? Da ist ein Jumpscare. Wie das Spiel einfach mal nur gerade 8 FPS hat. In 90% der Fälle. Nee, doch nicht. Ach, wirst du... Warum ist das hier rosa, denn? Ich würde es gar nicht... Ach, hier, kommt mal... Komm mal durch. Oder auch nicht. Du hast die Decke jetzt nicht tatsächlich so hoch gebaut, dass man hier fucking nochmal nicht reinkommt. Das ist doch dein Ernst. I see him going with another girl. Not me. Ach, jetzt, diese Date-Geschichte ist schon lange vorbei. Schmierst du doch in die Haare. Oder nimmst du dir das ja alles ernst. Aber jetzt hier rein. Nice. Was? Ach so, Alter, ich dachte, das wäre gerade ein Autoscooter. Warum stehen hier Betten? Werden hier die Kassenpatienten untergebracht, oder was? So, Freunde. Da, am Ende. Die letzte Tür. Pass auf. Wenn jetzt hier nichts drin ist, dann brech ich das Spiel ab. Pass auf jetzt. Pass auf. Nee, also... Das war... Das war wirklich... Ein ausgezeichnet... Ach, komm. Das war's. Das war's.